Gestartet sind wir in der Salzmannfabrik, weil das für mich ein Sinnbild für Kassels verpasste Chancen ist. In Frankfurt wird ein Museum eröffnet für moderne Musik. In Kassel kann man ein Museum eröffnen für verpasste Chancen. Dann haben wir uns in den vorderen Westen bewegt, wo aber auch immer wieder die Probleme auftauchen mit Anwohnern und den Jugendlichen. Und ja, jetzt sind wir hier in der Goethe-Anlage und tatsächlich eine meiner Lieblingsbäume dieser japanischen Kirche, wo ich auch gerne meine schönen Tage verbringe. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Keufler von DiePartei und unser neuestes Konzept ist, wählt mich oder wählt das Elend. Und wir haben ein zweites, brandneues Konzept. Wir machen Wahlversprechen, die wir nachher auch halten. Daher, ihr kreuzt mich an, ich mache nichts. Ja, ihr kreuzt mich an. Ich hoffe, ich mache nichts. Ja, ihr kreuzt mich an. Ich erinnere dich, warum ich die Leute. Ich lege eine schöne Einfluss, wo ich mich noch nicht verstehe. Ich habe nicht über sie genau, wie Sie sich nicht verstehe.